Hallo? Alter! Ich krieg V! Ja Max! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bleib stehen! Karozo, du bist wunderbar! Hilfe! Revi, Hilfe! Hör auf! Aua! Ich schmeiß jetzt das T4 auf dein Haus, Romatra! Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja, jetzt funktioniert. Hey, wie wär's, wenn wir unsere Base bei S3 bauen? Wie wär's mit S3? Kann das Alphabet nicht. Lassen wir's komplett. Hallo? Peter! Revi, weg da mit deinem Stock! Bleib stehen! Bleib stehen, Junge! Bleib stehen, Junge! Also, ich geh jetzt hier aus dem Discord raus, okay? Ey, Romatra! Romatra, was geht? Wer ist das? Ich bring den um! Ich bring den um! Hört ihn, hört ihn! Ich bring den um! Romatra, ich lebe jetzt. Ja! Romatra, fahr mal Stein. Fahr mal Stein, fahr mal Stein, Romatra. Ich mach Holzsperre. Wir müssen Holzsperre machen. Romatra, warte, ich muss dich ein bisschen lauter machen. Und wir müssen erst Steinsperre haben. Warte kurz. Sonst bleiben wir nicht zusammen. Warte. Wenn du auf dem Weg hier irgendwie Essen findest. Achtung, da oben, Braunbär. Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf, lauf! Lauf, 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 lauf! Der lässt euch ab, der lässt euch ab. Alles gut, komm. Bis er loslässt, bis er loslässt. Hier durch. Hat der Bock, Alter. Hier kommt er nicht durch, hier kommt er nicht durch, komm. So, er ist weg, oder? Was ist ein Loser? Trimax? Hallo? Ich drück V, ich drück V! Ja, Max! Oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich denn? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit! Oh, hallo? Frenzy, Frenzy, ich brauche Essen, ich brauche Essen, ich brauche Essen! Wir sind selber vor, Mann, Bro. Ich glaube, ich bringe dich um, Karl. Ich könnte dir der hütten. Ach, Alter! Bitte nicht, nein, No-Jog, bitte nicht. Ja, alright. Okay, okay, Romantrat hat No-Jog, das merke ich mir. Das war nicht, das war nicht ich, bitte. Ah, Karl, du bist so hässlich und tot! Wir müssen, wir müssen Handfasern finden und ganz dringend essen. Pass auf, hier im Wald. Schaut nach Pilzen, oder wir holen uns zu dritten Schwein, das ginge auch. Speer ist der Way to go, okay? Karuso? Karuso, 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 Karuso! Karuso, Karuso, Jürgen! Romant, Karuso seid ihr! Hier oben, hier! Karuso! Ey, ich wurde getötet von Kevin. Kevin hat mich einfach schon umgebracht. Wer ist das? Halt's ab! Das bin ich! Halt's ab! Komm mit, komm mit! Jungs, bitte, einmal ganz kurz. Passt auf, hier ist ein guter Platz für eine Base, weil wir sind in der Nähe der Straße, das ist wichtig. Da oben ist die Tankstelle, das ist ein okayer Loot-Spot, da respawnt Loot immer. Ich fange jetzt an. Gebt mir Holz. Ich brauche eine Menge Holz und Stein. Und ich fange schon mal an, die Grundbasis zu bauen, okay? Okay, hier bauen wir unsere Base. Mach dir ein bisschen Platz, dann fangen wir an. Rippers! Wo ist der? Der Rippers ist schlafen gegangen. Hallo? Hallo? Einer von uns muss jetzt gleich mal... Ich bin Holz, Max, das ist hier 1700. Ey, ganz kurz. Kann einer von euch Hanffarmen? Ganz wichtig, wir brauchen Schlafsäcke. Hanf so Pflanzen suchen. Romatra ist falsch, ist richtig. Nein, Romatra hier so und dann Romatra so und dann so. Warte. Ja, es geht so. Ich habe hier einen kleinen Fail drin, weil hier kann man kein Fundament mehr hinsetzen. Aber das ist nicht schlimm. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ein Team läuft jetzt ein. Fünf Leute kommen! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Da kommt ein Team, da kommt ein Team! In die Base, in die Base, in die Base, in die Base, in die Base. Ich habe keinen Sperr. Wie macht man sich einen Sperr? In die Base, in die Base. Rein in die Base, rein in die Base, rein in die Base. Hier in den Schrank könnt ihr Holz fressen. Ich habe drei Hanf reingetan. Sehr gut, wir brauchen Schlafsäcke. Wir brauchen Holz im Schrank, sonst verfällt die Base, okay? Wo sind die anderen? Ja, ich bin wonit, ich bin gleich tot. Ich habe kein Essen, kein Trinken, ich habe 11 HP. Okay. Ich habe auch nichts mehr. Hallo, wer ist da? Nee, nee, das ist jetzt deiner. Das ist nicht deiner. Aber ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen. Warte, ich muss die Tür öffnen. Okay, ich mache nochmal Schlafsäcke, ja? Du hast Hanfsame da reingetan, Max. Kann ich dir anpflanzen? Ja, das geht jetzt noch nicht. Ey, hallo! Hier muss Holz drin bleiben im Schrank. Checkt ihr es nicht, Mann! Ich brauche Steine. Okay, Steine und Hanf. Wir brauchen Hanf, Hanf, Hanf. Okay, Stoff. Stein brauche ich und dann gehen wir Essen fahren. Gegenüber ist ne Base. Hallo Jungs, 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 Jungs. Gegenüber ist ne Base. Seht ihr die? Das Feuer da hinten? Ja, ich seh die, ja, ich seh die. Wollen wir raiden mit Pickaxes oder was? Nee, wir brauchen erstmal Steine. Wir brauchen einfach mehr Steine. Da ist einer. Hallo? Julien. Alter Julien, bam, dich bringe ich um. Nein, Spaß. Ah! Ja, baut die Steine ab, Männer. Sehr gut. Okay, ich hab keine Waffen, ich bin nackt. Ju, willst du mitkommen? Lade mich in euer Team ein, ich hab geschenkt. Das geht nicht. Aber du kannst, du kannst deine Alters droppen. Wollt ihr was? Drop was deine Alters. Ja, ja. Drop mal, drop mal ein bisschen. Komm, los, hör damit. Komm. Komm, was? Na geh jetzt. Hör da her! Jetzt rennst du weg. Schnappt euch den Wick. Der Wick wird geschnappt, Alter. Da kenn ich gar nichts. Ja, ja. Ich klebe an seinem Arsch, Alter. Ich klebe so hart an seinem Arsch. Er ist tot, glaub ich. Nein, ich sterbe. S-Wallets. Ich bitte hier unten, kommt auf. Ah! 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 Lass mal wieder zu unserer Base zurück, Jungs. Wir brauchen auf jeden Fall Hanf für Klamotten. Das sollten wir mal machen. Hanf, Hanf, Hanf. Hier ist überall Hanf. Geil. Jungs, Big Loot. Ich hab ne Kiste gefunden. Big Loot. Hier, 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 hier. Redberries. Hallo, hinter dir. Jungs, ich hab Helme für uns gefunden. Haben wir noch ne Fackel? Ja, ich hab noch eine. Die brauchen wir jetzt mal, Romatra. Komm mal her. Wir müssen jetzt hier Jump'n'Run machen. Das ist sau eklig. Ich hab hier schon die Kiste gelootet. Alles geil. Die Kiste ist schon weg. Halt mal, halt mal. Fackel off. Romatra, Fackel. Ey, ich hol so viel Stein für uns, Jungs, ne? Wie kriegen wir es hier rüber zu springen? Jump'n'Run, Jungs. Ich bin der Beste im First Try, hä? Was? Romatra ist auch der Beste. Ich krieg's nicht hin. Was müssen wir machen? Re-Wiii. 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 Was? Was? Jungs, wir können einen Lift nach oben usen, aber hier ist nix. Hier ist gar nichts. Ja, dann sollten wir den trotzdem machen. Zack. Ah. Reapers? Ich hab Soak gebracht. Bist du dumm? Reapers, bist du einfach dumm? Oh mein Gott, wie's heilt? Hört ihr das, Dinger? Du hast uns gef... Ciao. Komm rein. Schaffen wir es alle hier drauf? Jungs, bitte. Lass dich nicht alleine. Mantra ist so geil. Oh Gott, das heilt so sehr hier drin. Ich hab Angst. Reapers ist weg. Wir haben Reapers in der Höhle verloren. Nee, musst im Wasser. Geh unten zum Wasser. Ich bin Reapers und ich bin back. Ja, Mann, Reapers. Wie geil ist das? Ey, ich hab unendlich viel Stein, ne? Ja, gib her, gib her. Ich mach weiter. Sche... Wir sind überall Spieler, Alter. Wir sind überall Spieler. Ey, wir sind wirklich surrounded von Spielern. Wer ist da oben? Wer ist da? Der geht mir hinterher. Wer? Wo? Wo? Was? Die wollen mich töten. Oh, ich bin gleich tot. Die wollen mich töten. Hallo, hey, hey. Ey, was? Dave, ver...dich. Dave, lass es. Ich war das nicht. Dave, ver...dich. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Sau schlecht geworfen den Speer. Wir kommen in Frieden. Der wollte uns angreifen. Hat dann aber gemerkt, dass wir zu zweit waren. Bitte töte mich, damit ich respawn kann. Ab dafür. Reapers, komm. Rein da. Romatra, rein da. Ach, Julian. Again, oder was? Wir brauchen Steine. Wir haben keine Steine. Ja, wir müssen Steine farmen. Guck mal hier, Max. Hier sind Beeren. Die kannst du essen. Und dann einfach eh ins Inventar. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Es gibt nur bestimmte Steine, die du abbauen kannst. Die haben so einen bestimmten Look. Der hier zum Beispiel. Der hier ist so am Dingsen. Siehst du das? Der hat so... Genau. Kriegst du gerade Steine? Ja, ne? Genau. Immer das Ding treffen. Immer das Ding treffen. Killer Aim, Bro. Killer Aim. Romatra, bist du schon am Scrappen? Sehr geil, sehr geil. Romatra, sollen wir den Wasser einmal auffüllen gehen? Da vorne ist einer, Romatra. Da vorne rennt einer. Nein, nein, ich will zurück. Wo ist unsere Base? V14 ist unsere Base. Können wir das irgendwie markieren? Ja, warte, warte, warte. Komm jetzt mit. Kann sich mal kurz... Romatra, knie dich mal bitte kurz hier hin. Knie dich mal bitte kurz hier hin. Da, wo ich gerade gesagt habe. Wo? Ja, ja, da, 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 da. Genau, warte. Ich muss kurz auf dich springen, damit ich da hoch kann. Danke. Okay. Geiles Teamplay. Ey, ich finde es so geil. Es macht so Spaß, man. Wirklich. So ein geiles Projekt, ehrlich. Tinker. Hier, hör mal zu. Siehst du den Speer hier? Das ist von... Wem gehört der Helikopter? Ich will wissen, wen der Heli ist. Reeps, der ist von NPCs. Der ist von NPCs Reeps. Das... Das... Ich mach keinen Spaß mehr. Der würde immer näher gehen. Ich will wissen, von wem der Heli ist. Können wir von der Frau weggehen? Die im Männerkörper. Tinker. Kann man Leute abbrennen? Ja. Tinker. Was hast du an Items dabei, die du uns geben könntest, um eine Nacht hier zu übernachten? Finisher. Max. Ey. Caruso. Hallo. Caruso, Caruso. Caruso Frauenmörder. Ey, lass sie. Sie ist nur verwundet. Sie ist nur verwundet. Sie ist nur verwundet. Sie ist nur verwundet. Hört auf, hört auf. Sie ist nur verwundet. Sie ist nur verwundet. Ey, das ist halt so fucking... Ich loot. Was machst du denn für der Caruso? Steht auf seiner Stirn Spaßbremse? Hallo, Ruhe. Alter, da steht Spaßbremse aus deiner Stirn. Ganz kurz, hallo. Was ist hier? Gucken Sie mal schnell an. Beruhigt euch. Ich habe für euch alle... Der nächste geht in deinen Kopf, Meister. Machen wir halb lang jetzt hier. Jungs, bitte. Bitte. Ich habe Schlüssel für euch. Dann könnt ihr die Tür selbstständig öffnen. Also, Caruso, tritt nach vorne. Riemi ist einfach besser geworden. Er hat einfach Klamotten. Hier. Ein Schlüssel. Rüdi Pass, hier ist dein Schlüssel. Immer die Türe abschließen. Max. Hallo, hört mir zu. Ich will auch Klamotten haben. Ruhe. Jungs, 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 bitte. Ich will die zwei. Ihr zwei seid wirklich richtig wichtig. Romata ist die ganze Zeit lost. Caruso war in drum. Und Chef Strobel ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Gar nichts. Es ist gerade kalt in der Nacht. Das heißt, wir müssen immer ein Lagerfeuer beisammen haben. Sonst sterben wir, okay? Es ist gerade kalt. Das müssen wir berücksichtigen, okay? Jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Scrap. Also, wir brauchen diese Metallfragmente. Die müssen wir farmen, damit wir eine Werkbank machen können, okay? Mit dieser Werkbank können wir uns dann weitere Sachen wie einen Ofen und so weiter und so fort machen. Mit dem Ofen können wir Metall brennen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen jetzt mit... Okay, gut. Wir müssen jetzt Metallfragmente bei so Sachen wie zum Beispiel Oxum's Tankstelle und anhand der Straße looten. Deshalb kommt jetzt mit mir. Ich habe hier ein Licht auf dem Kopf. Reapers, mach mal F und mach deine Fackel aus. Und ihr müsst jetzt, pass auf, sobald wir gesehen werden, Licht aus. Wir gehen jetzt zur Straße, okay? Wir gehen jetzt zur Straße, Jungs, und suchen da Metall. Ey, ey, ich hab... Was? Achso, hör mir doch mal zu. Ja? Du brauchst Schrott. Ja, richtig. Sag das doch, ich hab ganz viel Schrott in die Kiste gelegt. Das war nicht genug, das war Scrap. In der Base. Das war Scrap, das reicht nicht. Okay, weiter geht's. Okay, kommt mit. Wir gehen jetzt zur Straße. Hier, der Heli ist über uns. Waffe bitte weg. Waffe weg. Sobald Gegner uns sehen, da vorne rechts ist zum Beispiel ein Lager. Ihr seht das da rechts. Da unten sind noch andere Fackelträger. Da sind Leute. Ja, richtig. Deshalb an die Straße vorsichtig. Und sobald die da sind, Licht aus. Licht aus, Rewi. Wollen wir sie töten, sonst einfach beide? Nein, 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 wir haben nicht genug Stuff. Wir haben nicht genug... Jetzt Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wir müssen leise sein. Sobald wir... Ab jetzt, ab jetzt Ruhe, ab jetzt Ruhe. Eigentlich können wir die töten. Ruhe, 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 Ruhe. Pssst. Okay, 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 mach. Wen sticht ihr ab, Jungs? Wen sticht ihr ab? Wo? Wenn du mal fallen laufst! Sag, wen sticht du ab? Membro, warte. Wem wolltest du abschießen, ne? Hallo? Hey, Philipp! What the f... Reapers? What the f... Ey, au, das ist Rewi. Was seid ihr für Tryhard, Victor? Ey, beruhig dich mal! Zähl mich mal hoch, Alter! Was ist denn mit dir? Sie sind halt... Bro... Bro, wir wurden gerade überfallen! Beruhig dich mal! Ja, Bro, wir sind eure Nachbarn! Ja, wir wurden gerade überfallen! Lass doch zählen! What the f... Hält mich mal hoch! Halt! Wir wurden gerade überfallen von Räuber! Okay, wir helfen dir. Wo sind die Räuber? Ey, das war... Wir haben ja nicht in den Rücken geschossen! Weil... Wer jetzt? Lukas? Das waren die nicht! Das waren die Falschen! Wer hat diesen Speer geworfen? Alter, was hast du für überaimt? Dieses A und Dritten, Alter! Jungs, bitte! Lukas, wie siehst du aus? Ey, ich will euch... Ich will euch als Entschuldigung... Spiele ich euch ein kleines Lied mit Schmocki zusammen! Okay, alles klar! Drei, zwei, eins! Ich helfe auch! Was ist das denn? What the f... 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 We sind ne richtige Fubi-Tronter! What the f... ... What the f... What the f... What the f... We sind Musiker! We haben Junkau! Wer war das? Wer war das? Wer war das? Au! Jungs, hält mich nicht! Mein Speer eigentlich! Wenn jemand ein bisschen was zu trinken von mir haben? Ich hätte ihm was zu trinken. Ich würde gerne was zu trinken! Sehr gerne! Ich hab jemand was zu essen? Schmocki, hast du was zu essen? Lukas, hör auf damit zu spielen. Ich hab leider nichts zu essen dabei, aber Papa, du was zu essen? Das war jetzt aber nicht gewollt. Das war nicht gewollt, ich schwöre. Und dein letztes Trinken wurde gerade verschüttelt. Wir brauchen wirklich Hilfe, wir sind komplett verloren. Mein Team ist wirklich dumm. Oh, Schocki! Hey Jungs, ganz kurz, wer von euch ist hier der Leader? Lukas, geh weg, sonst hau ich den Hammer auf den Kopf. Bro, ich wollte ihn noch jagen. Ich bin grad Leader, also vom Team her. Hey, ganz kurz, ganz kurz. Jungs, 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 Jungs. Wollen wir uns verbünden? Ich bin Leader von unserem Team. Heils Maul, Max. Also ganz ehrlich, ich glaube, das wäre nicht dumm. Ich wäre dafür. Wir haben Lukas. Lukas, zeig mal deine Spezialattacken, die du kannst. Kann ich den einmal den Hammer auf den Kopf hauen, bitte? Einmal. Nein, hör auf. Ich bin gerade erst wieder geheilt. Wie geil. Ich guck mal mich an, ich hab einen Schutzhelm und alles. Du hast eine Brille auf. Ich hab auch noch eine geile Huke. Du siehst so dumm aus, Max. Sieht krass aus. Also sind wir jetzt offiziell verbündet? Sind wir offiziell verbündet? Wir spielen einen Song darauf. Sind wir verbündet jetzt oder nicht? Bobby, sing mal noch dazu, sing mal noch mal. Ich hab den Musik lang abgezogen. Heute ist der erste Tag und die haben einfach gewonnen. Okay, Max. Sollen wir den so sehr vertrauen, dass wir... Hallo? Ihr habt auch selbst eine Base, oder? Nee, wir haben keine. Glaube ich euch nicht. Ich hätte euch einen Schlüssel von unserer Base gegeben. Wir leben hier in Gras. Wir sind eine Betrügerbande. Wir sind eine Betrügerbande. Ja, okay. Was sagst du, Reeves? Jungs, wir müssen uns mal kurz besprechen. Okay, wir gehen auch. Komm. Ich sage, unsere Base bleibt geheim. Das darfst du niemandem sagen. Fackeln aus, fackeln aus, fackeln aus, fackeln aus. Wir werden angegriffen, fackeln aus. Komm mit in die Base. In die Base, in die Base, in die Base, in die Base, in die Base. In die Base werden angegriffen. Was ist los? Wer kann jetzt sagen, what the fuck? Tür zu, Tür zu, Tür zu. Pass auf, Tür zu. Wir haben gerade Standardskill und sowas getroffen. Die sind schon komplett OP. Die haben schon Pistolen und sowas. Die haben eine ganze Musikband. Und die sind jetzt wahrscheinlich Max und so hinterher. Also wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Die sind halt direkt in der Nähe. Ich habe noch einen Schlüssel für dich, Romatra. Komm mal hier. Jungs, wir werden gleich mies geradet, ne? Das ist hier. Greifen die uns jetzt echt an? Ich glaube, die raiden uns. Hallo? Wer ist da? Hey. Schließ ab, schließ ab, schließ ab. Schließ ab, schließ ab, schließ ab. Schließ ab, schließ ab, schließ ab. Hey, Tramix. Habt ihr hier die Basis, oder was? Ja, bitte. Hey, Kutcher, wie geht's dir? Loll. Wer ist hier alles? Yo, Kutcher. Kumatra, yo. Alter, Kutcher. Stabile Achselhaare. Ja, manche Leute haben schon. Irgendwer hat auch schon Helikopter, ne? Das sind die NPCs, Bro. Sag mal Achmed Hamdula. Komm jetzt da raus, du Dummkopf. Los. Bro, als ob ich jetzt hierhin komme und dich umbringe. Wie ehrenlos wär das? Spaß. Hallo, es war ein Spaß. Komm jetzt raus. Bro, du machst mir keinen Schaden. Junge, ich one-shotte dich mit dem Headshot, Mann. Okay, dann bin ich weg. Ciao. Kann er sich holen, das Pferd. Ey, Jungs, da vorne ist einer, der hat mich angegriffen. Jungs, kommt mal mit. Da vorne ist einer, der hat mich angegriffen. Wir müssen jetzt zusammen... Kommt, 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 kommt. Ich hab sein Pferd als Beta hingestellt. Der ist überloot. Chantau, bist du mit Philo? Ja, ja, genau mit Philo. Sag mal, dass es mir auch leid tut. Trink ruhig alles aus. Ich hol später nach. Okay. Ja, ich sag's ihm. Sag, sein Pferd steht bei der Tankstelle. Ernsthaft? Mhm. Und dann die Flasche am besten wiedergeben. Trink komplett aus. Caruso, du bist wunderbar. Ich liebe dein Haar und Haar. Caruso, du bist ach so toll. Caruso, ich lieb dich voll. Halt's Maul, sollt ihr die Gitarre auf den Kopf hauen? Ey, Max. Ja! 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 Oh, Baby, Baby, wenn ich dich seh, voll herrlich, du bist wunderschön. Können wir das nochmal runterfahren lassen, bitte? Hallo? Ich leg es ohne mich losgefahren. Schiff, Rubbel, guck's ja. Wir gehen nicht in das Radioaktive rein, wir rennen außenrum vorbei zur Tankstelle. Kommt mit. Und da kloppen wir jetzt erstmal die Tonnen kaputt, okay? Ja, ich hab hier... Und hier Wasser und Kanisterwasser. Mitnehmen, 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 sehr geil. Kanisterwasser, ich hab auch noch Schokolade, essig direkt, sehr geil. Sollte jetzt hier einer über den Weg laufen, und das wird passieren, wir bleiben immer zusammen, draufhauen, okay? Guten Tag, meine Herren. Hallo? Ist es wirklich so? Doch, auch nicht. Ah, Jungs, Alter, was soll denn die Sch... Nein! Baby, hallo. Ach, Mann, ey, was soll denn die Kacke, Alter? Ihr... Ja, drei gegen ein. Lost, Alter. Ey, warum? Ey, Ritz, Mann! Ritz, Mann! Ritz, Mann! Mach die Tür auf, wenn du dich traust! Ne, du bringst mich um, du... Digga, ich bin gerade... Mach die Tür auf! Mann, ich bin gerade von Heli abgeschossen worden, alles. Juck nicht, mach die Tür auf! Nein, mach ich nicht, ihr Idioten! WTF? Alter, Danny, Melon-Golem, Melon-Golem! Oh nein, Alter, das ist der Frobel! Hey, ich bin der Einzige, der hier was baut! Die anderen machen alle gar nichts! Ich will mich umbringen! Ich bin mit Trimax im Team, Digga, das ist so dumm! Mann, ihr kommt hier nicht rein, ihr Joten! Ich werde euch... Ich werde mir eine AK bauen, ich werde euch 24-7 raiden! Digga, ich dachte gerade für einen Moment, ich hab's! Wait, ich hab's! Let's go! Okay! Mach auf, Kevin! Was? Kevin, du kannst gar nicht aufmachen! Go fucking idiot! Ach, Digga, f*** eure Eltern, Alter! Ja, sie hat mich angeschossen! Ich hab auch C4! Ich bring euch alle um, ich bring euch alle um! Mir ist alles egal! Spaß, 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 Ey, ja, wir wohnen hier in der Wüste, ist cool, oder? Es kommt noch eine zweite Etage oben drauf, und dann wird's geil! Ey, hat jemand trotzdem mit dem Carjax gefahren? Los, die kommen mit mir, komm! Ja klar, warum nicht? Komm, ich weiß gar nicht, wie das geht, ne? Glaub mal, ich glaub, man braucht nen Paddel oder so! Ja, jetzt, jetzt... Ja, los geht's! Wir brauchen nen Paddel! Sepp, nicht trinken, nicht trinken, Sepp! Warum hast du hierhin gepinkelt? Ich hab da hingekackt! Ich hab schon jemanden mit ner Shotgun umgelegt, also ich... Okay, ja, ja, alles gut, hab nichts gesagt! Hallo! Habt ihr Scrapped? Hallo! Habt ihr Scrapped? Habt ihr Scrapped? Bitte! Gar nix, ich hab gar nix! Scrapped in meiner Faust! Nicht, brauchst selber Scrapped! Okay, tschau! Fabian! Was? Fabian! Willkommen in unserer Bade! Komm, wir gehen die anderen nebenan, komm! 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 Du siehst so sauer aus. Romatra, bitte. Ich hab keine. Ich wollte Fahnen. Wir haben 50 Skrub. Nein, haben wir nicht. Nein, ich brauche noch 20, dann kann ich die Sprungflinte machen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Fabo, sattel die Pferde. Hilfe, Rewi, Hilfe. Hör auf, Aua. Romatra, ich schmeiß es auf dein Haus, jetzt reicht es. Ich schmeiß auf dein Haus das T4. Ich schmeiß jetzt das T4 auf dein Haus, Romatra. Mach nicht auf, mach nicht. Lass es, lass es. Fabo, wir haben gleich für dich eine Schrotflinte. Fabo, guck mal hier. Oh, oh, scheiße. What the fuck? Rewi, ich mach die Tür auf, er schießt mir ins Gesicht. What the fuck? Wenn Rewi reinkommt, knall ich ihn ab. Raus, raus. Hier, Fabo, guck mal, eine Knarre. Ich kann auch eine Shotgun fahren. Ja, mach mal, ich hab für dich die Munition schon. Komm her. Oh nein, ich hab ihn direkt umgebracht. Warum machst du das? Oh, der ist direkt tot, das wusste ich nicht. Stopp. Max, heb mich auf. Oder ich werd mein... Rewi, warum machst du das? Mann, ich dachte, er ist nocked. Heb mich kurz auf. Warum bringt ihr euch um? Zieh mich kurz hoch, Max, bitte. Zieh mich kurz hoch. Mein Max, sonst geht mein C4 hoch. Zieh mich hoch, Max, sonst geht das C4 hoch. Sorry, Romatra. Warum machst du das, Rewi? Es war ein Jog. Es war ein Jog. Musik